Hallo und herzlich willkommen. Ich zeige euch in diesem Tutorial, wie ihr euch den 100%igen Bonus auf interwebten.com holt. Dazu gebt ihr auf der Startseite oben erstmal euren Benutzernamen und euer Passwort ein und klickt auf Login. Jetzt seid ihr eingeloggt. Um euch den Bonus zu holen, müsst ihr eine Einzahlung tätigen. Dazu klickt ihr oben rechts auf den Button Einzahlung. Sofort werden euch die verschiedenen Möglichkeiten angezeigt, zum Beispiel per Kreditkarte, Visa oder Mastercard oder per Sofortüberweisung. Außerdem könnt ihr natürlich per normaler Banküberweisung einzahlen. Dabei bedenken, dass es bis zu 10 Tagen dauern kann, bis euer Geld angekommen ist. Wir entscheiden uns für die Möglichkeit per Paypal. Dazu rechts bei Paypal auf Einzahlung klicken. Hier müsst ihr kurz euer Geburtsdatum bestätigen. Jetzt den Betrag eingeben, den ihr einzahlen möchtet. In unserem Fall 10 Euro. Unten sehen wir, dass wir den Welcome Bonus erhalten, der dann 10 Euro betragen wird. Dann auf Jetzt einzahlen klicken und bei Paypal bestätigen. Super! Unser Konto ist aufgeladen und wir können Wetten platzieren. Ich zeige euch hier, wie man auf ein Fußballspiel setzt. Dazu klickt ihr in der oberen Leiste links auf Sportwetten. Sofort werden uns unten die verschiedenen Sportdaten angezeigt, auf die wir setzen können. Dort können wir zum Beispiel auf Fußball, Tennis oder Eishockey setzen. Da wir auf ein Fußballspiel setzen wollen, klicken wir auf Fußball und dann auf Deutschland und die 1. Bundesliga. Sofort werden uns die Partien der nächsten Woche angezeigt. Wir scrollen ein wenig runter, um uns das mal genauer anzuschauen. In der Mitte könnt ihr entweder auf den Heimsieg, auf ein Unentschieden oder auf den Auswärtssieg setzen. Außerdem werden uns rechts noch Zusatzwetten angeboten. Um den Bonus zu halten, müssen wir eine Wette mit einer Mindestquote von 1,7 tätigen. Wir suchen uns also das Spiel Freiburg gegen Frankfurt raus und setzen auf den Aussettsieg für Frankfurt. Dazu auf die Zahl 2,75 klicken, die die Quote für diesen Tipp darstellt. Rechts wird uns sofort unser Wettschein angezeigt. Jetzt oben noch den Betrag eingeben, den wir setzen möchten, in unserem Fall 1 Euro. Und unten auf Wettschein platzieren klicken. Die Wette ist platziert. Oben können wir nun den Fortschritt betrachten, den wir gemacht haben. Um den Bonus zu erhalten, müssen wir allerdings die 10 Euro verwettet haben, mit einer Mindestquote von 1,7. Wie ihr gesehen habt, ist es sehr einfach, den 100%igen Bonus auf interwetten.com zu kassieren. Wenn ihr den Anbieter ausprobieren wollt, klickt doch einfach auf den folgenden Link.